Hallo und herzlich willkommen in Salzgitter. Ich bin Ulrike und Sie lernen heute mit mir gemeinsam das Wohn- und Pflegeheim Salzgitter-Tide kennen. Neben mir steht Herr Brandt. Er ist der Einrichtungsleiter des Wohn- und Pflegeheims und wird uns bei unserem Rundgang begleiten. Guten Tag, Herr Brandt. Guten Tag, herzlich willkommen. Dann schlage ich vor, wir gehen hinein und sehen uns ein wenig um. Das AWO Wohn- und Pflegeheim Salzgitter-Tide wurde 1974 erbaut und in den vergangenen Jahren umfassend saniert. In unserem Haus gibt es 55 Einzelzimmer und 49 Doppelzimmer. In der warmen Jahreszeit bietet unsere großzügige Gartenanlage mit dem Teich, dem Gemüsegarten, den Sitzecken und den Pavillons viel Platz zum Verweilen. Je nachdem wie das Wetter ist, mal einen kleinen Spaziergang machen, mal so ein bisschen Tide erkunden. Fast alle Zimmer haben einen Balkon oder eine Terrasse. So können sie jederzeit die frische Luft genießen. Die Zimmer verfügen über Sanitäranlagen. Ausreichende Bademöglichkeiten sind außerdem vorhanden. Wir bieten auch einige Einzelzimmer mit einer kleinen Einbauküche. Gerne können sie die Zimmereinrichtung mit ihren eigenen Möbeln ergänzen oder vorhandene Möbel austauschen. Ich habe meine Möbel mitgebracht, Couch, Garnitur mit Sessel und den Schränkchen hier. Unser Küchenmeister und sein Team bringen immer wieder Abwechslung auf den Speiseplan. Rouladen, Rotkohl und Kartoffelklöße. Ich habe nur eine halbe Roulade genommen und die mir gegenüber saß. Die war froh, dass sie mal eine halbe noch mitessen konnte. Unsere Mitarbeiter bieten den Bewohnern zahlreiche Kultur- und Freizeitangebote innerhalb und außerhalb der Einrichtung an. Singen, es ist Gedächtnistraining und Gymnastik. Auch unsere ehrenamtlichen Helfer sorgen für Unterhaltung. Im Haus befindet sich ein Kiosk, der die Bewohner mit Kleinigkeiten des täglichen Bedarfs versorgt. Unser Friseur bedient sie im hauseigenen Salon. Ein Fußpflegeservice kommt zweimal die Woche ins Haus. In unserer Einrichtung leben Bewohner aller Pflegestufen. Wir bieten einen speziellen Wohnbereich für Demenzerkrankte. Die zweite und dritte Etage haben wir unseren demenzerkrankten Bewohnern gewidmet. Die Bewohner haben die Möglichkeit, wenn sie einen starken Bewegungsrang haben, einfach immer rum, rum, rum laufen. Ganz wichtig. An den Zimmertüren haben wir jeweils Orientierung für die Bewohner. In der Regel ist es ein Foto. Die Raumgestaltung und die klare Tagesstruktur orientieren sich an den besonderen Bedürfnissen der Bewohner. In dem großen Aufenthaltsbereich, so konzipiert, dass es hier ein Wohnzimmer gibt und ein Esszimmer. Alle Mitarbeiter auf diesem Wohnbereich werden speziell im Umgang mit Demenzerkrankten geschult. Und ältere Leute sind auch manchmal schwierig. Seit einigen Jahren haben wir ein Spielecafé und in naher Zukunft sollen Bingo, eine Koch- und eine Backgruppe folgen. Unsere ehrenamtlichen Helfer organisieren auch Filmvorträge und betreuen regelmäßig einzelne Bewohner. Ich bin froh, dass ich da bin, dass ich betreut werde, wenn was ist. Die Schwestern sind zur Hilfe. Ich bin zufrieden. Ich fühle mich wohl.